Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Man macht dann zweimal weg die Wäsche und schmeißt ein bisschen weg. Das ist alles hinter mir. Ich behaupte auch hier immer das schönste Haus. Es gefällt mir so. Da gucke ich rein und finde es ganz, ganz toll. Also ob in Mönchen im Tennis, Klub und Hirn. Pass auf, das hat sich entwickelt, wie ihr noch wirklich Babys wart. Wenn ich bei ihm wirklich bin, wie Weihnachten. Und ich gucke ihn an. Und das habe ich auf ganz, ganz laut ab hier getanzt und so weiter. Also das waren ja auch meine, meine wirklichen oder meine schönsten Jahre. Man kann das niemandem erklären, weil es keiner versteht. Es ist einfach schön. Das sind Momente, die ich nicht vergesse. Ich bin mein Bock, was ich gerade schief. Ich bin meine, meine supuestoste Haus. Ich bin mein Bock. Und ich bin alt. Untertitelung des ZDF, 2020